Okay, haben wir jetzt so einen kurzen Cut gemacht oder was? Kann ich das so verstehen? Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas von Playgannon. Und der MediaTV ist auch dabei. Moin! Genau, wir haben ja letzte Woche die Challenge gestartet und die Challenge ist jetzt um und deswegen gibt es jetzt die Auflösung, die wir jetzt zeigen werden. Ich habe einen Screenshot gemacht vom Clans, wie viele Punkte es waren. Und den blende ich jetzt auch mal ein. Okay, haben wir jetzt so einen kurzen Cut gemacht oder was? Kann ich das so verstehen? Ich hatte... Ja, egal, jetzt habe ich einen Cut gemacht. Okay, dann haben wir jetzt imaginär einen kurzen Cut gemacht. Es kam jetzt ein paar Sekunden lang nichts, also ich glaube... Ja, wir lassen es einfach drin, also. Also bei mir sind es 38 Member und 20.610 Gesamtpokale. Und bei mir sind es 13.230 Pokale und 13 Member. Okay, ich würde sagen, wir wechseln kurz in den Taschenrechner rein. So, wir rechnen jetzt das Ganze aus. Ähm, mein Plan hatte 13.230. Ja. Durch die Member-Zahl. Hm. Und ja, da kommt jetzt die Zahl raus und dann nochmal 2. Und ja. Wollen wir denn erst den Wert jetzt so vorlesen? Hä? Wollen wir erst den Wert vorlesen, den wir jetzt haben und dann die Differenz... Nee, lass direkt die Differenz ausrechnen. Direkt die Differenz. Lass direkt die Differenz ausrechnen. Ihr willst hinter... Okay. Uh. So. Ja, ähm. Ja. Bist du bereit? Ja. Mach mal an einer, warte, das hab ich ganz falsch gemacht. Scheiße. Hä? Kann das denn sein? Kann das... Ah, das kann wirklich sein, ja. Ja. Okay, bist du bereit? Ja, ich warte gespannt. Wer fängt an? Äh, wollen wir irgendwie machen mit, ähm, den letzten Zahlen vorlesen oder so? Also, wir lassen dann mal die Kommastellen weg, oder? Also. Ja, ich hab einfach gerundet. Ja, genau. Also, ja, dann runde ich das einfach auch auf. Okay, ähm. Ja, dann soll ich anfangen? Also die letzte Zahl ist bei mir eine 1. Bei mir eine 8. Eine 9. Eine 4. Eine 3. Bam, Junge, eine 4. Und dann kommt... Eine 1. Nein. 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 Was denn? Du hast jetzt 1.000 irgendwas... 1.300 war die Differenz bei dir. 1.390. Also, 1.391, ja. Scheiße. Bei uns ist die Differenz 4,4,8. Naja, man sieht auch schon den Unterschied, bei euch sind noch viele in unseren Regionen geblieben. Bei uns sind eigentlich alle in Kristall gewesen, deshalb. Oh, wie geil ist das denn? Okay, Leute. Ich würde sagen, ähm, dann zeige ich euch mal eben die Bestrafungsbase. Boah. Und... Ja, also wir haben da sogar zwei zur Auswahl, also hier ist... Die ihr für drei Tage haben müsst. Wir können die Zuschauer entscheiden lassen. Ja, wenn ihr unbedingt... Also, wenn ihr wollt, also wir haben einmal diese Penis Base von mir erstellt. Ähm, die könnt ihr auch natürlich noch ein bisschen anders bauen. Also, es geht halt einfach nur darum, dass ihr einen Penis habt. In einer Ecke sind die Lager, aber ihr müsst halt schauen, dass kein Defense Gebäude in der Nähe ist, weil, ja, es muss halt ganz frei sein, die Lager. Und... Die zweite wäre... Einen Moment, die hat Lanz aus meinem Clan. Ich hoffe, er hat sie noch. Wo ist er denn? Hier. Ich hoffe, er hat sie noch gerade drin, ne? Auf jeden Fall müsste es die sein. Ja, und zwar Lappengeddon, Noob. Und zwar die Base. Ihr könnt bestimmen, welche die Gegner machen müssen für drei Tage. Schreibt es einfach in die Kommentare. Also schreibt entweder Penis oder Lappengeddon. Und ja. Schreibt Penis oder Lappengeddon. Also, haure meine Fans, wenn die mich leiden. Schreibt einfach Penis oder Lappengeddon in die Kommentare, da werde ich diese Base machen. Das Niveau geht steig nach oben hier. Ja, Niveau, weshalb warum? Okay. Also seht ihr die Base? Also so ungefähr soll die aussehen. Könnt ihr mal bei Media TV vorbeischauen und sehen, wie die Base aussieht. Ich werde es dann auch kontrollieren, ja? Also Leute. Ja, ja. Ich kontrolliere es. Aber ich muss auch erstmal auf dein Video warten, bis die Base sehe. Jo. Also ich würde sagen, um am Mittwoch, ab Mittwoch 15 Uhr müsst ihr es dann haben. Ja. Oder halt am Mittwoch müsst ihr die Bestrafung dann machen. Und ich werde es dann Donnerstag mal prüfen, ob ihr die alle habt. Okay. Ja. Und noch kurz zum YouTuber. Ach genau, ja. Können wir auch noch kurz was sagen. Ja, wir haben jetzt den ersten CW gestartet. Wir suchen aktuell noch Gegner. Also wir haben jetzt einige YouTuber hier drin. Unter anderem den Tobias Spirit Hawks. Ich hoffe, ich spreche mal so aus. Das ist ja der Beste in Deutschland von den Pokalen her. Okay. Muss man auch noch erwähnen. Ach so, ja. Ja, aber wenn ich bei mir bester Spieler lokal gucken will, ist da die Niederlander aus welchem Grund auch immer. Kannst du ja mal im Video zeigen. Bestimmt steht bei dir Deutschland. Lokal Deutschland. Ja, hier der Tobias ist das. Auf jeden Fall nice. Wusste ich gar nicht, dass er der allerbeste ist. Okay. Das ist schon heavy. Also schon extrem gut. Also, ja, ja. Auf jeden Fall, ja, wir wollen, ja, wir haben jetzt halt den CW. Oh, wir haben sogar Gegner gefunden, jetzt gerade gegen Murslav Piva. Oh, 130 gewonnene CWs. Ich glaube, wir haben 0 gewonnene und die haben da 130. Oh, danke Supercell. Danke dafür. Ja. Auf jeden Fall, wir haben 7 Rathos-Szener. Die haben nur 5. Oh, das ist schon mal ganz gut eigentlich. Jetzt gucken wir uns mal. Aber wieso haben die dann 130? Na. Die sind aber... Warte mal, wie ist mein Gegner? Dann machen wir... Ich glaube, hier ist auch wieder jeder sein Gegenüber, oder? Hm, schätzungsweise schon. Ja, meiner Gegenüber geht eigentlich vollkommen clever. Und der Laptongerdon ist 1 über mir. Ich glaube es nicht. Na, dann gucken wir uns mal deinen Gegner an. Die 10. Ach, 10. Oh, ich bin über dir. Hm. Ja, ja. Ist peinlich für mich. Ich weiß. Ich weiß. Ja, aber die ist auch locker machbar. Also, 2 Sterne sind mindestens drin, finde ich. Ja, klar. Würde ich auch sagen. Ja, das geht noch so. Ich hoffe, ich werde hier nicht failen. Also, naja. Auf jeden Fall würde ich dann sagen, das war es heute mit dem Video, oder? Ja, das war es mit dem Video. Und ja, wir schauen einfach mal, für welche Base sie sich so entscheiden. Also, ich muss ja sagen, ich finde die hier auch gar nicht mal so schlecht. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ja, schaut auf jeden Fall im Player Gathering vorbei. Und ja. Ja, auch. Na, meine Zuschauer. Schauen wir mal bei Media TV vorbei. Guckt euch die Basen an, die ich eventuell machen muss. Und habt Spaß. Wie ich leide. Genau. Und ja, dann. Auf Wiedersehen. Und dann. Tschüss. Ciao. 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 Vielen Dank.